Durchstarten in MV. Das ist der Slogan der neuen Marketinginitiative der Industrie- und Handelskammer und des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus in MV. Bei der Aktion geht es darum, Jugendlichen das Ausbildungsland Mecklenburg-Vorpommern näher zu bringen und sie daran zu binden. Die Plakate dazu wurden am Montag feierlich enthüllt. Drei junge Azubis, die zeigen, warum sie in MV ihre Ausbildung absolvieren und welche Vorteile es hat. Einerseits wegen meinem Freund, weil er extra wegen mir nach Rostock gezogen ist und wegen meinen ganzen Freunden und meiner Familie und ja, einfach weil ich hier auch aus MV nicht weg wollte. Mittelpunkt der Initiative ist die Internetplattform www.durchstaaten-in-mv.de. Auf dieser werden Ausbildungsbetriebe vorgestellt und sie dient als Ausbildungssuchmaschine. Finanziert wird das Projekt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.